Wie ist die Mannschaft? 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 Ja, soweit eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben ja eine relativ große Mannschaft, gerade im Herrenbereich dieses Jahr. Das Ganze organisiert zu kriegen, erst mal ans Laufen zu bringen, war ein bisschen schwierig ganz am Anfang, aber ich denke, es läuft jetzt. Wir haben bisher Glück gehabt, was Verletzungen und Krankheiten eigentlich angeht, haben ordentlich durchtrainieren können, im Gro, sag ich jetzt mal. Also ganz wenig Ausfälle eigentlich. Ich bin mit dem Leistungsstand durchwachsen zufrieden, sag ich mal. Die etwas Jüngeren machen da schon fast das bessere Bild. Die arrivierten Älteren, das sieht auch ganz gut aus. Der Mittelbau dazwischen, da habe ich noch so ein bisschen Bedenken. Der Mittelbau dazwischen Der Mittelbau dazwischen Der Mittelbau dazwischen